Hallo und herzlich willkommen zum Race Review zum Österreich Grand Prix der Formel 1 Saison 2022 und ja, wir haben einiges zu bereden, vor allem was das Thema Ferrari angeht und ja, wir haben so gesehen sogar zwei Rennen zu bereden, denn es gab ja nicht nur das Hauptrennen, sondern es war ja ein Sprintwochenende, das heißt wir hatten am Samstag auch noch einen Sprint und darauf wollen wir natürlich auch ganz gerne mal eingehen und ja, in den beiden Rennen muss man auch sagen, hat sich das Blatt so ein bisschen gewöhnt. Denn am Samstag hat sich Ferrari wahrscheinlich gegenseitig selbst geschlagen, muss man ganz ehrlich sagen, denn die haben die Fahrer da frei gegeneinander fighten lassen, was denen ja langfristig so geschadet hat, dass sie fast nicht mehr angreifen konnten und im Hauptrennen am Sonntag war das dann doch ein bisschen anders der Fall, da lief es für Ferrari zumindest größtenteils doch deutlich besser, aber ja, darüber werden wir auf jeden Fall jetzt in diesem Video reden und wir legen mal direkt los mit der Zusammenfassung vom Sprint. Am Anfang, ja, war es erstmal ein relativ komischer Start, denn es wurde quasi nicht gestartet. Beim ersten Startversuch stand erstmal Fernando Alonso noch aufgebockt da, als es schon in die Formation Lab ging. Da gab es wohl Probleme, ich glaube, mit dem Motor, da hat man noch die Heizzecken und so weiter dran gehabt, hat mich so ein bisschen an Ralf Schumacher erinnert, der in der Vergangenheit auch schon mal aufgebockt in der Startaufstellung, ja, noch da stand. Das hatte aber damals ein paar andere Gründe. Ja, dementsprechend musste Alonso aus der Box starten, beziehungsweise gar nicht starten und Guan Yu Zhou hatte dann am Ende der Aufwärmrunde auch Probleme, hat da den Motor abgewirkt, hat dafür gesorgt, dass der Start abgebrochen werden musste. Dementsprechend musste er auch aus der Box starten und, ja, dementsprechend wurde auch nur noch eine Renndistanz von 23 Runden im Sprint zurückgelegt. War ein etwas kurioser Start und so sollte es auch weitergehen. Nach dem Start gab es nämlich eine, ja, doch größere Kollision, die, ja, zwischen Gasly und Hamilton verstanden ging. Das erinnert so ein bisschen an den Unfall von Yu Zhou in Silverstone. Das hätte, ja, um ein Haar fast ähnlich ausgehen können, denn, ähm, Gasly ist vor Kurve 1 ein bisschen zu sehr nach innen gezogen, ähm, das ist mal so nach außen gezogen, hat das Vorderrad von Hamilton getroffen und das dann darüber auch abgehoben hatte. Da hat er ziemlich viel Glück, dass er nicht auch auf dem Kopf gelandet ist, auch wenn die Geschwindigkeit da wahrscheinlich ein bisschen geringer war. Aber, ja, war trotzdem nämlich so schön zu sehen. An der Spitze wurde es auch relativ hektisch, denn, äh, Verstappen konnte sich direkt mal gegen Lickson. Leclerc verteidigen, der wurde, ja, dann gleich überholt von Carlos Sainz, der seinerseits Verstappen angreifen konnte. Ähm, Verstappen konnte sich da aber, ja, dann durch, ja, abwehren und, äh, die Ferraris kämpften erstmal gegeneinander. Leclerc hat sich da in Kurve 4 dann durchgesetzt. Ähm, Paris hatte auch einen sehr starken Start. Der, ja, musste ja von Platz 13 aus ins Rennen gehen, weil dem, äh, seine Stellsrunde in gut 2 gestrichen wurde. Wegen Track Limits war, ja, ein bisschen blöde Geschichte, wie das lief, dass das nach dem Qualifying dann erst gemacht wurde. Sehr viel Pech für Gasly, der potenziell weiter vorne hätte starten können, wenn er Q3 fahren hätte können. Aber, ja, ja, Paris mit dem starten, äh, starken Start von Platz 13 auf Platz 9 direkt mal vor in der ersten Runde. Und, ähm, ja, das, äh, Sprintrennen lief für Paris eigentlich auch ganz gut. Das Hauptrennen dafür umso schlechter. Ja, die Ferraris haben sich dann in Runde 6 und 7 noch ziemlich lang bekriegt. Äh, da wäre Leclerc auch in Kurve 4 einmal fast in Sainz reingerutscht, wenn der da nicht zurückgezogen hätte, äh, wären die beiden da höchstwahrscheinlich sogar kollidiert. Aber, äh, ja, es war unterhaltsam, äh, vor allem, ja, für die Red Bull Abteilung. Äh, die konnten natürlich das Rennen ab dem Zeitpunkt auf jeden Fall managen in der Stelle von Verstappen, der vorne sich schon einiges an Vorsprung rausfahren konnte. Und dementsprechend, ja, relativ ungefähr in Richtung Sieg fuhr. Ein bisschen weiter hinten gab es dann noch einige Zwischenfälle. Es gab zum Beispiel eine Fünf-Sekunden-Strafe für Alex Albon, der beim Start, ähm, Norris von der Strecke gedrückt hatte. Straf aber relativ nachvollziehbar. Und da müssen wir natürlich auch über die beiden Haas-Piloten reden, die sehr stark an diesem Wochenende waren. Obwohl man sagen muss, Mick Schumacher war eigentlich das ganze Wochenende der bessere Fahrer. Allerdings konnte er im Sprint das nicht so richtig nutzen, beziehungsweise durfte es nicht so richtig nutzen, denn, äh, er hat gefragt, ob das Team einem Wechsel in der Position zustimmt. Allerdings hat das Team das verneint. Und, ähm, das führte dann so ein bisschen dazu, dass Magnussen Schumacher blockiert hat. Lag auch ein bisschen daran, dass Magnussen teilweise den DAS-Zug verpasst hat, ähm, selber kein DAS mehr hatte. Und, ähm, ja, dann staute es sich so ein bisschen dahinter. Äh, das hat auch, äh, Paris sich zum Beispiel zu Nutzen gemacht, ist da vorbeigekommen. Äh, später hat auch Hamilton sich das zu Nutze gemacht. Obwohl die echt einen sehr, sehr schönen Kampf hatten, sprich Mick Schumacher und Lewis Hamilton um den letzten Punkt, sprich den achten Platz, ähm, im Sprintrennen, war ein sehr schöner Fight. Äh, leider mit dem, äh, in dem Rennen schlechteren Ende für Mick Schumacher. Aber, ja, auf jeden Fall wichtige Erfahrungen, die er da gesammelt hat. Ähm, ähm, ja, ansonsten. Alex Albon hatte noch eine Berührung später mit Vettel, ähm, das war in der Infield-Sektion der Strecke. Ähm, da ist, ja, es ist eine Fifty-Fifty-Entscheidung, fand ich gewesen. Ähm, Vettel hätte da sicherlich ein bisschen mehr Platz lassen können. Ja, ist natürlich sehr unglücklich. Der war bis Platz 14 von, äh, dem letzten Platz nach vorne gefahren, äh, war eigentlich auf dem Weg, ein ganz gutes Rennen zu haben. Ähm, aber, äh, ja, dann hat er da den Zwischenfall gehabt, der hat ihn natürlich viel gekostet und, äh, hat auch in der vorletzten Runde dann das Auto abgestellt, um wahrscheinlich so ein paar Park-Familie-Reglements zu, ähm, umgehen. Ja, ansonsten kommen wir mal zum Ergebnis des Sprint-Rennens. Äh, äh, Verstappen ist, ja, dem Sieg relativ, ähm, ungefährdet danach nach Hause gefahren. Auf zwei, äh, Leclerc, auf drei, Ferrari-Team-Kollege Sainz. Platz vier ging an George Russell, der ein sehr solides Rennen gefahren ist. Platz fünf, äh, Paris, der eine super Aufholjagd hatte. Platz sechs, Ocon, sieben Magnussen und der letzte Platz in den Punkten dann Platz acht, Louis Hamilton. Platz vier, außerhalb der Punkte dann auf neun Mick Schumacher, zehn Bottas, elf Lando Norris, auf zwölf Teamkollege Danny Ricciardo. Auf Platz 13, Lance Joroll, 14, Gronjejo, 15, Gasly, 16, Albon, 17, Zunoda, 18, Latifi und Vettel und Alonso sind nicht im Ziel gekommen, bzw. nicht mal gestartet. Ähm, danach gab es noch eine etwas merkwürdige Situation, denn Ocon ist nach dem Ziel, äh, in Kurve 1 stehen geblieben. Vermutlich war da zu wenig Sprit, aber es gab da keine Konsequenzen. Hatte da natürlich aus deutscher Sicht so ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht Mick Schumacher dann noch irgendwie von der Strafe profitiert oder so. Aber, ja, dazu kam es dann nicht und dementsprechend gehen wir weiter Richtung Rennen. Und, ähm, auch da startete wieder ein Fahrer aus der Box, und zwar Valtteri Bottas, ähm, und vier Fahrer haben sich von der, äh, ja, Strategie der anderen Fahrer so ein bisschen abgesetzt. Äh, nämlich Gronjejo, Zunoda, Vettel und Alonso haben es auf den harten Reifen versucht, alle anderen auf den Medium Reifen. Ja, man kann über die Regeln, äh, was die Startreifen in dieser Saison angeht, immer noch so ein bisschen diskutieren. Vielfalt ist halt nicht geboten. Und das ganze Feld startet fast auf IOD selben Reifen. Ja, es tut dem Rennen, finde ich, nicht so mega gut, aber, ja, trotzdem war es ein sehr interessantes Rennen. Äh, gerade im Mittelfeld gab es tolle Duelle, muss man ja ganz ehrlich sagen. Äh, war ein echt schönes Rennen. Und, ähm, ja, auch am Start war es schon relativ spannend. Ähm, gerade Josh Wastel hat da einen ziemlich guten Start erwischt, äh, wurde dann aber von Sainz geblockt. Ähm, und wenig später kam es zu einer Kollision. Mal wieder Kurve 4, mal wieder ein Mercedes gegen den Red Bull. Hamilton und, ähm, Alex Albon Flashbacks kommen da natürlich hoch. Denn, äh, da hat Russell Paris gedreht. Und, äh, ja, auch da, ich sehe es so ein bisschen, 60% Russell, 40% Paris. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es gesehen habt. Äh, äh, ja, jetzt nicht die grobe Schuld bei Russell, aber ganz unschuldig war er da auch nicht. Er ist so ein bisschen über den Curb innen gefahren, was sein Kurvenradius so ein bisschen vergrößert hat. Ja, dementsprechend, ja, hat er da Paris in Skis gedrückt. Er hat sich gedreht und, äh, danach war auch quasi sein Rennen zu Ende. Der hat dann wenig später das Fahrzeug abgestellt. Sehr ärgerlich mal wieder für Paris. Aber, äh, ja, an seiner Stelle hätte man da auch was anders angehen können, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, sehr, sehr schade. Aber, ja, so ist es eben. Auch, äh, Vettel war davon betroffen. Der hat gemeldet, dass er von den, äh, Trümmerteilen, ähm, ja, irgendwas aufgesammelt hat. Und da auch Pace verloren hat. Also, alles in allem eine relativ unglückliche Situation. Interessanter war es dann, äh, denn es gab das Rückspiel aus dem Sprint, äh, zwischen Lewis Hamilton und Mick Schumacher. Und, äh, ja, Mick Schumacher konnte sich da tatsächlich bewähren. Denn Hamilton hat einen Fehler in Kurve 1 gemacht. Und den konnte Mick Schumacher dann gleich mal ausnutzen und vorbeigehen. Ähm, sehr schön zu sehen, war auch hier wieder im Hauptrennen. Lange Zeit ein harter Kampf, war sehr, sehr cool. Äh, war auch größtenteils wirklich fair. Von beiden, also, äh, da kann man eigentlich nur Lob aussprechen. War wirklich schön zu sehen. Und, äh, ja, auch hier wieder wichtige Erfahrungen, die Mick Schumacher hier weiter mitnehmen kann. Ähm, ja, ansonsten, äh, konnte sich Verstappen in diesem Rennen jetzt nicht wirklich absetzen. Leclerc ist da die ganze Zeit im DRS-Fenster geblieben. Und, ähm, ja, hat's auch wenig später immer mal wieder versucht mit einigen, zum Beispiel einer Überraschungsattacke in Kurve 3, die Verstappen gerade noch so verteidigen konnte. Aber, ähm, ja, das passiert eben, wenn die Ferraris sich nicht bekriegen. Da hat man wahrscheinlich, äh, im Team-Meeting dann auch mal drüber geredet, dass, äh, das jetzt nicht so, äh, optimal war, was man da gemacht hat. Ähm, ja, wenig später hat George Russell dann eine Fünf-Sekunden-Strafe für die Kollision mit Peres bekommen. Zu meiner Sicht irgendwo nachvollziehbar. Man hätte die Strafe auch weglassen können. Ich kann da beides so ein bisschen verstehen. Aber, ja, ich sag mal so, da das im Endeffekt zu einem Ausfall von Peres geführt hat, war es schon irgendwo gerechtfertigt. Also, dementsprechend, ähm, ja. Wenig später hat sich das Spiel der beiden Haars ein bisschen wiederholt. Denn Mick Schumacher durfte wieder nicht an Markdussen vorbei. Hab das Team wieder gesagt, mach mal lieber nicht. Aber, äh, ja, später im Rennverlauf hat er sich da vorbei, äh, fahren können. Und nachdem Markdussen einen kleinen Fehler im Infield gemacht hat, äh, war wirklich, wirklich starkes Rennen von Mick Schumacher. Wenn nicht sein Bestes sogar. Und wurde ja später auch zum Fahrer des Tages gekürt. Meiner Meinung nach absolut zu Recht. Äh, denn das war wirklich, ja, sehr, sehr, sehr gut das Rennen. Ähm, ja, in Runde 12 ist dann Russell auch an die Box gegangen, hat die Strafe abgesessen und den Frontflügel gewechselt, der beschädigt war. Und, äh, ist danach auf eine relativ starke Recovery-Fahrt gegangen. Also, äh, schönes Comeback. Ähm, äh, hätte man schon erwartet, dass das Rennen zu dem Zeitpunkt vielleicht vorbei war. Aber nein, Russell hat sich zurückgekämpft und, ähm, da eine wirklich starke Leistung geschafft. Ähm, die hat auch Leclerc gemacht, denn der ist in Kurve 4 innen an Verstappen vorbeigegangen. Äh, da hat Verstappen einmal nicht konsequent die Innenbahn zugemacht. Hat Leclerc gleich auf der Geraden genutzt, ist innen reingestochen. Und dann, äh, hat er ab dem Zeitpunkt eigentlich Verstappen kaum noch eine Chance. Er hat es dann nochmal versucht mit einem Undercut und Runde 13 auf den Hardreifen. Allerdings, ähm, ja, hat sich das nicht so richtig ausgezahlt. Äh, ist auch noch ein bisschen in den Verkehr gekommen. Und, äh, ja, langfristig sollte die Strategie dann nicht, ähm, aufgehen. Hamilton hat dann ein sehr starkes Manöver ausgepackt gegen Mick Schumacher im Mittelsektor. In den, äh, ja, S-Kurven quasi ist er vorbeigegangen. Äh, hat Schumacher natürlich auch mitgespielt. Aber so richtig eine Wahl hatte er nicht, weil, naja, wenn man da nicht mitspielt, dann thrasht man. Da gibt es gar keine, äh, zwei, ja, Meinungen. Und dementsprechend, ähm, ja, aber ein sehr starkes Manöver von Hamilton. Vielleicht so ein bisschen das einzige Manko, äh, im Rennen von Mick Schumacher. Aber nichtsdestotrotz soll das danach stark weitergehen. Ähm, ja, Track Limits waren auch, äh, ja, ein großes Thema. Denn beide Ferrari-Piloten hatten nach gerade mal 15 Runden schon die zweite Track Limit Warning. Äh, ist später nicht noch ein großer Faktor geworden. Aber, ja, es hat, äh, diese Einzeige ist quasi im Dauerbetrieb gewesen. Wer schon Track Limit Warnings hat und so weiter. Wäre halt ganz cool, wenn man das irgendwie mal in die Grafik einbauen könnte. Zumindest die Strafen, so wie beim Formel-1-Spiel. Das wäre vielleicht mal was für die Zukunft. Aber, ähm, ja, äh, dementsprechend haben wir hier und da auch wieder einige, äh, 5-Sekunden-Strafen, äh, gesehen. Ähm, zum Beispiel bei Gasly später für Track Limits-Verstöße. Auf der einen Seite natürlich verstehe ich, warum es nicht so beliebt ist. Auf der anderen Seite wollten die Teams, dass es konsequenter ist. Das hat auch, ähm, Andreas Seidel von McLaren, der Teamchef, gesagt. Und, ähm, der fand es ganz gut, dass man jetzt da immerhin Klarheit hat. Ja, ich sag mal, gerade wir Formel-1-Fällen haben ja in der letzten Zeit immer nach Klarheit bei den Regeln, ähm, ja, gerufen. Und dementsprechend wird es hier auch nach, äh, war nachvollzogen. In Österreich, ja, ist das immer so eine Sache, weil so richtig viel bringen die Track Limits hier eh nicht. Aber, ja, gut, äh, ist halt so. Äh, wir werden es wahrscheinlich auch auf anderen Strecken sehen. Ist halt ein Problem der modernen Rennstrecken. Ähm, ihr könnt mir aber auch dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ähm, ja, dann wurde es, äh, im Mittelfeld etwas hektischer. Denn Mark Dusson, Gwenni Jo und Lennon Norris sind da in einen sehr interessanten Three-Wide-Situation in Kurve 1 reingegangen. Ähm, haben es aber alle gut gemacht. Äh, da kam es nicht noch zu weiteren Komplikationen. Und dann sind aber insgesamt fünf Autos teilweise nebeneinander in Kurve 3 gefahren. Also, äh, es sah nicht danach aus, dass es gut gehen könnte. Aber es ist gut gegangen. Ähm, gut gegangen ist es nicht für Perez. Der hat in Runde 26 dann endgültig aufgegeben. Ähm, ja, ist vielleicht für die Zukunft auch ganz gut. Ein bisschen Motorkomponenten gespart. Ja, kann nicht unbedingt schaden. Ähm, in Runde 26, also deutlich später als Verstappen, ist dann auch Leclerc an die Box gekommen. Ähm, ist auf harte Reifen gegangen. Ähm, vermutlich wollte man da den Einstopp, äh, machen. Ist nicht so ganz aufgegangen. Ähm, der kam vor Hamilton auf Platz 3 rauf. Und, ähm, Sainz hat man auch eine Runde später reingeholt. Ähm, war ein 2,3-Sekunden-Stop. Ich glaube, das war der beste Stopp des Tages. Ähm, ist interessanterweise auch in den Highlights von Sky, äh, drin. Die ganzen Sainz-Stops. Ich weiß gar nicht warum, weil, naja, kleiner Spoiler. Er ist ja später ausgefallen, äh, auf relativ spektakuläre Art und Weise. Ähm, ja. Dementsprechend hat mich das ein bisschen gewundert. Aber, naja, gut. Ähm, ja. Dann ist, äh, Mick Schumacher im Mittelfeld, äh, an Landon Norris vorbeigegangen. Hat den so ein bisschen rausgedrückt. Aber ich fand, das war noch okay. Äh, Norris hat sich dann natürlich beschwert, wie jeder Formel 1-Wahrer das tun würde. Aber war schon ganz okay. Ähm, ähm, und, ähm, ja. Ja, in Runde 33 war es dann soweit. Da ist dann Leclerc wiederum an Verstappen vorbeigegangen, äh, wieder in Kurve 3. Ähm, ja, hier war es ja nur eine Frage der Zeit. Leclerc war im Hauptrennen der Deut, die schnellere Pilot. Und die Frage war nur, ob vielleicht Sainz ihn auch bekommen sollte. Und, ähm, da war, äh, die klare Sache, dass, ja, das dann nicht der Fall sein sollte. Ähm, währenddessen, ähm, konnte Mick Schumacher mit einem starken Manöver an Magnussen vorbeigehen. Auf Platz 6 vor, zwischenzeitlich. Lennon Norris hatte zu dem Zeitpunkt dann auch seine 5-Sekunden-Strafe für Tracklimits bekommen. Ähm, und, äh, dann gab es eine sehr lustige Situation zwischen Zunoda und Alonso. Zunoda hat da nach der, ähm, Kurve 3 auf der Geraden Alonso so ein bisschen zu weit nach rechts gedrückt. Hat ihn da aufs Gras gedrückt. Ist tatsächlich eine nicht so ganz ungefährliche Situation da gewesen. Alonso ist aber voll auf dem Pinsel geblieben und als er auf welche Höhe war, kam der Finger. Ja, und, äh, er hat, äh, Zunoda mal gezeigt, dass er das nicht so lustig fand. Ähm, war eine ganz coole Aktion. Wir kennen es von Alonso natürlich, äh, gerade, ähm, ja, er ist ja dafür immer mal zu haben, äh, dass er sowas nicht mit sich machen lässt. Und, äh, ja, coole Aktion. Ähm, wenig später kam dann Verstappen in Runde 37 in die Box, ging auf Hardreifen. Also, ja, da war eine klare Zwei-Stopp-Strategie, äh, von Anfang an zu sehen. War jetzt keine große Überraschung. Überraschender war es eher, äh, ja, Sebastian Vettel mal wieder umgedreht zu sehen. Der wurde von Gasly in Kurve 4 umgedreht. Äh, ziemlich über den Haufen gefahren, muss man sagen. Also, es war nicht unbedingt das Rennen von Gasly. Ähm, ähm, ist, Vettel ist dann auch relativ gefährlich rückwärts auf die Strecke gerollt. War nicht so toll zu sehen, weil er auch so quer zur Strecke raufgerollt ist. Das ist relativ gefährlich. Also, äh, äh, ja, war nicht so schön zu sehen. Äh, äh, Gasly hat für das Ganze eine Fünf-Sekunden-Strafe bekommen. Absolut zu Recht. Aber, äh, ja, für Vettel war das Rennen natürlich mal wieder ruiniert. Äh, ja, es war aber eh ein Wochenende, wo, äh, mit dem Aston Martin leider mal wieder nicht allzu viel ging, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, 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 ja, dann, ähm, konnte sich Stroll relativ lange, ähm, gegen unter anderem Mick Schumacher, äh, verteidigen. Ja, auf einer anderen Strategie war, ähm, war ein bisschen ärgerlich, weil Mick Schumacher da sehr viel Zeit verloren hat und auch andere Fahrzeuge wieder, wie zum Beispiel Magnus, sind wieder ins CRS-Fenster gekommen sind. Ja, es war so ein bisschen ärgerlich, aber so richtig Schuld geben konnte man da auch nicht so wirklich jemanden, Es gab dann noch einen ganz interessanten Zwischenfall zwischen Ocon und Leclerc, denn Ocon hat sich gegen Leclerc zurückgerundet. Da gab es so ein bisschen Flashbacks an, äh, Brasilien damals, wo Ocon das gegen Verstappen schon mal gemacht hat. Damals sind die beiden hier gecrashed und, äh, es wurde etwas ruppig verständlicherweise. Hier ist es gut gegangen. Ein bisschen merkwürdige Situation war es schon. Aber auch Leclerc ist, äh, überraschenderweise nochmal an die Box gekommen, nämlich in Runde 49 wiederum auf Hardreifen und auch Fast, ähm, und auch Sainz hat man da nachgeholt. Ähm, Allerdings, ja, hatte Leclerc so viel Pace, dass er nur kurze Zeit, äh, später schon zwei Sekunden, äh, nur noch Rückstand auf Verstappen hatte. Und, ähm, ja, da dementsprechend die Lücke sehr schnell, äh, schließen konnte. In Runde ja alle, dass Kurve vier ist eine ziemliche Berg- und Talfahrt und gerade die Auslaufzone geht da sehr steil bergauf. Und, ähm, ja, dann war es ein bisschen unglücklich. Sainz stand halt da noch aus dem Asphalt. Er hätte den Wagen natürlich schnell auch ins Kiesbett stellen können oder gegen die Bande. Aber natürlich will man als Fahrer immer, dass das Auto dann so schnell wie möglich auch weggerollt werden kann. Dementsprechend stellt man es eigentlich nicht ins Kies. Aber in dem Fall wäre es wahrscheinlich die bessere Variante gewesen. Ähm, denn auch die Streckenkosten haben leider ein bisschen lange gedauert. Und das war alles ein bisschen, ja, unkoordiniert hektisch leider in dem Fall. Äh, äh, ich kritisiere Streckenkosten eigentlich sehr ungern. Aber in dem Fall war es nicht so ganz optimal wie das gehandhabt wurde. Denn das Problem war einfach, dass Sainz noch im Fahrzeug bleiben musste und auf die Bremse treten musste, weil er sonst weggerollt wäre, zurück auf die Strecke brennt. Äh, das hatten wir ja gerade auch beim 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife mit Felix von der Laden, ähm, der einen sehr ähnlichen Zwischenfall hatte. Da war es quasi vorwärts den Berg runter. Da ist das Auto ja dann auch wirklich brennend auf die Strecke zurückgerollt, weil er keine andere Wahl mehr hatte. Und, ja, um ein Haar wäre das hier auch passiert. Sainz hat dann zum Glück gut reagiert, hat das Auto rückwärts gegen die Bande so ein bisschen gestellt, dass es nicht wegrollen konnte. Aber, ja, das Ganze hat dann natürlich den VSC, einen virtuellen Safety-Car, ausgelöst. Sainz ist zum Glück unbeschadet aus dem Auto noch rausgekommen, aber es war schon nicht so ganz ohne. Ähm, Leclerc und Verstappen sind nochmal in die Box gekommen. Die beiden Haars nicht. Und das VSC endete dann auch in Runde 60. Und dann gab es nochmal so einen kleinen Endsprung, der auch nicht ganz ohne Probleme für den verbleibenden Ferrari von Leclerc endete. Denn, ja, sein Gaspedal ist immer wieder so ein bisschen stecken geblieben. Das ist nicht zurück auf die Nullstellung gegangen, sondern ist so bei, in der Grafik sah es auch so bei 10, 20 Prozent stecken geblieben. Was ihn natürlich gerade in den langsamen Kurven extrem viel Zeit gekostet hat. Ähm, ja, man hat da schon mit dem Schlimmsten gerechnet, dass es vielleicht auch noch einen Ausfall gibt. Aber, nein, er konnte sich tatsächlich ein bisschen ein Ziel retten. Verstappen hat sich noch die schnellste Runde geholt. Ähm, allerdings, ja, hat es nicht mehr für den Rennsieg gereicht. Ähm, der ging an Leclerc vor Verstappen und, äh, ja, auf dem Podium auch Lewis Hamilton mal wieder. Natürlich, äh, wieder ein Mercedes-Pilot, der hier vom, ja, quasi Leid der anderen und seiner eigenen Stärke spricht, der, ähm, der Haltbarkeit des Wagens profitiert. Auf viel kommt Teamkollege Russell ins Ziel. Fünf wieder Ocon, der, ja, wieder sehr starke Punkte mitnimmt. Genau dasselbe geht auch für Mick Schumacher, der zum zweiten Mal in den Punkte gefahren ist. Diesmal Platz 6. Fantastisches Ergebnis. Siebter wird Lando Norris. Danach sah es in dem Wochenende eigentlich auch nicht aus. War eigentlich ein grauenvolles Wochenende für McLaren bis dato. Ähm, Platz 8 wird dann Kevin Marklussen auf Platz 9. Der zweite McLaren von Danny Ricciardo. Und letzter in den Punkten wird Fernando Alonso. Auf, außerhalb der Punkte liegt, ähm, auf Platz 11 Bottas, für den es ja ein schwieriges Wochenende war. Genauso wie bei seinen Teamkollegen Juanjo, der nur auf Platz 14 ins Ziel kommt. Ähm, Platz 12 ging an Albon. Ziemlich starkes Ergebnis wieder, allerdings ohne Punkte diesmal. Platz 13 Stroll. 14, wie gesagt, Juanjo. 15 Vettel. Nach dem Dreher 16. Gastli. 17. Zunoda. Nicht ins Ziel gekommen sind Sainz, Latifi und Perez. Ähm, ja, es gibt noch ein paar ganz interessante Daten dazu. Und zwar, mich hat es auch überrascht, aber es ist wirklich so, ich habe es nachgeguckt. Es war das erste Podium von Leclerc seit dem Miami-Rennen und sein erster Sieg seit Australien. Also, ja, schon eine verdammt lange Zeit. Kam mir persönlich jetzt gar nicht so lange vor. Gerade das Podium seit Miami, das ist schon lange her, muss man sagen, in der Saison. Aber, ähm, ja, ja, dementsprechend umso schöner für ihn, dass es mal wieder ein Sieg war. Außerdem ist es das erste Mal, dass ein und derselbe Familienname dreimal auf einer Strecke in den Punkten war. Sprich, Michael, Ralf und Mick Schumacher haben auf dieser Strecke hier gepunktet. Ähm, ja, sehr interessant. Interessanter Fakt. Ähm, und interessant ist natürlich auch die Tabelle. Da bleibt natürlich Verstappen an der Spitze mit 208 Punkten. 38 Punkte. Dahinter folgt dann Leclerc mit 170 Punkten. Ist natürlich schon eine größere Lücke. Allerdings, ja, sind wir auch noch, ich sag mal, relativ früh in der Saison. Da ist noch alles möglich. Ähm, das kann man durchaus aufholen. Letztendlich, ja, ein, zwei DNFs von Verstappen. Dann ist Leclerc schon wieder dran. Auf Platz drei liegt dann Serge Pertas mit 151 Punkten, der natürlich massiv Punkte verloren hat an dem Wochenende. Ähm, dahinter folgen dann Sainz, Russell, Hamilton, Norris, Ocon, Bottas und Alonso. Ähm, ähm, Mick Schumacher hat sich unterdessen auf Platz 15 der Tabelle vorgearbeitet und, äh, liegt mit seinen zwölf Punkten gerade mal drei Punkten hinter dem anderen Deutschen von Vettel, äh, für den es ja so ein bisschen, ja, Hit-or-Miss-Saison ist. Entweder er liegt ganz gut in den Punkten oder er ist wirklich komplett draußen. Äh, das Gleiche kann man auch über seinen Dienstwagen, über Aston Martin generell sagen. Ähm, ja, es ist eine sehr merkwürdige Saison für Aston Martin, gerade jetzt auch mit dem, naja, äh, Red Bull-Nachbau, was man da gemacht hat. Ähm, ja, sehr merkwürdig, aber, ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Ähm, ansonsten, ja, auf jeden Fall ein Rennwochenende, was Spaß gemacht hat. Äh, äh, ja, denke ich mal, können wir irgendwo alle zufrieden sein. Äh, die Verstappen-Fans haben zumindest einen Sieg im Sprint von ihrem Liebling gesehen. Ansonsten, ähm, ja, Leclerc, beziehungsweise das Ferrari, das klar bessere Team im, ähm, im Hauptrennen. Und, ja, hätte man sich ein bisschen schlauer angestellt, wahrscheinlich auch im Sprint. Aber, ja, das ist auf jeden Fall mein Fazit. Lasst mich gerne in den Kommentaren euer Fazit wissen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und bis dahin, haut rein und ein Abo da. Dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder.